Hmm, bald ist es wieder soweit mit dem Skiurlaub im Stubaital. Ich freue mich ja schon richtig drauf, das wird sicher wieder unvergesslich. Jetzt bräuchte ich nur noch Ski und stell dir vor, die würde ich geschenkt bekommen. Genau das bekommen Sie bei uns. Erleben Sie einen unvergesslichen Skiurlaub und sichern Sie sich ein paar Ski gratis dazu. Übernachten Sie im Hotel Donnerhof. Inklusive drei Viertel für Röhnpension. Ein Paar Ski pro gebuchten Zimmer für Sie als Geschenk zum Mit-nach-Hause-Nehmer. Inklusive Ski-Pass für die Schlick 2000. Inklusive freie Nutzung unserer Wellnessanlage. 3 Untertitelung des ZDF, 2020